Hallo liebe Kinder, heute geht es um das Ordnen von Zahlen. Damit ist eigentlich nicht mehr gemeint, als welche Zahl ist größer bzw. kleiner als eine andere Zahl. Okay, dazu gucken wir uns als erstes mal einen Zahlenstrahl an. Hier haben wir einen Zahlenstrahl, hier beginnt er bei 0 und hier endet er mit einem Pfeil, das besagt, dass es bis unendlich weiter geht. Gut, der Zahlenstrahl enthält 10er Schritte, also ein Schritt sind 10 Zahlen, 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Am Zahlenstrahl kann man grundsätzlich sagen, eine Zahl, die weiter rechts steht, ist größer als eine Zahl, die weiter links steht. Das heißt, 10 ist kleiner als 80, das ist jetzt ja auch nicht weiter schwer. In der Mathematik benutzt man dafür ein bestimmtes Zeichen. Und zwar ist das das Zeichen entweder kleiner als oder größer als. 15 ist kleiner als 17. Tja, da braucht man nicht viel beibringen. Ich hoffe, das weiß jeder von euch. Dann trägt man hier dieses Zeichen ein. Dieses Zeichen bedeutet, 15 ist kleiner als 17. So, dieses Zeichen muss man sich merken. Das Zeichen kann auch genau andersrum sein. Also das Zeichen kann auch so rum eingetragen werden. Dann würde es aber bedeuten, dass die Zahl, die hier steht, größer ist als die, die hier ist. Okay, wie kann man sich das Zeichen merken? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Grundschule wird immer gern dieses Bildnis hier gebracht. Also hier haben wir das Maul von einem Krokodil. Und das Krokodil interessiert sich nicht hier für die kleine Mücke, sondern es interessiert sich nur für den großen Brocken hier. Das heißt, das Krokodilmaul öffnet sich zum großen Brocken und das kleine ist sozusagen dahinter. Also hier ist sozusagen das Krokodilmaul das größer bzw. kleiner Zeichen. So kann man sich merken, welche Seite von dem Zeichen halt zur größeren Zahl hin zeigen soll. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man sich das merken kann. Zum Beispiel, also dieses Zeichen ist ja auf dieser Seite ziemlich groß. Auf dieser Seite ist es ziemlich klein. Das heißt, hier steht die kleine Zahl. Ups, nur Zahl. Und auf der Seite, wo das ziemlich groß ist, das Zeichen, da gibt es die große Zahl. Welche Eselsbrücke man sich merkt, das ist mir im Prinzip egal. Hauptsache ihr wisst, wie das Zeichen richtig anzuwenden ist. Also, wenn das Zeichen so rum ist, dann ist hier die kleine Zahl und hier ist die große Zahl. Und wenn das Zeichen so rum ist, dann ist hier die große Zahl und hier ist die kleine Zahl. Ja, okay. So, soweit zu dem Zeichen. Dann gucken wir uns das hier an. Das ist auch nicht besonders schwer. Ja, 518 ist größer als 507. Dann wird das Zeichen hier so rum eingetragen. Wie gesagt, das Zeichen ist immer auf der Seite groß, wo die größere Zahl ist, beziehungsweise das Krokodil schnappt immer nach dem größeren Brocken. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, das hier ist das Krokodil, dann schnappt es sich die 518 und nicht die 507. Okay. Ja. Bei diesen relativ kleinen Zahlen ist das noch einfach. Das 15 kleiner ist als 17, das weiß jeder. Das 518 größer als 507 ist. Das kriegt man auch relativ schnell hin. Jetzt ist die Frage, wie ist es bei mehrstelligen Zahlen. Da ist es vielleicht nicht ganz so leicht zu überblicken. Als erstes ist es schon mal so, eine Zahl, die mehr Stellen hat, ist grundsätzlich größer als eine Zahl, die weniger Stellen hat. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5 Stellen. 1, 2, 3, 4, 5 Stellen. Okay. Also, es sind gleich viele Stellen. Damit ist klar, das ist für uns nicht das Kriterium. Wie geht man dann vor? Man vergleicht die beiden Zahlen miteinander, indem wir, da müssen wir aber vorne anfangen, denn hier hinten, das sind lediglich die Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender. Wir fangen also mit der Zehntausender Stelle an und vergleichen die. Sind beiden das Siebene, können wir also keinen Unterschied feststellen. Jetzt gehen wir eine Stelle nach hinten. Das ist die Tausender Stelle. Beides sind Fünfer, können wir also auch keinen Unterschied feststellen. Dann gehen wir zur nächsten Stelle. So, jetzt sehen wir hier einen Unterschied. Bei den Hundertern steht hier eine 3, hier eine 5. Ganz egal, ob hier wieder eine 5 und hier eine 3 steht, die vordere Stelle entscheidet. Also, die erste Stelle von vorne angesehen, die einen Unterschied macht, die entscheidet darüber, welche Zahl kleiner und welche größer ist. Also, 7 war gleich, 5 war gleich. Hier haben wir eine 3, da haben wir eine 5. Damit ist diese Zahl größer. Die Stellen dahinter entscheiden dann gar nicht mehr. Hier ist es einfach. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Stellen. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stellen. Die Zahl mit den 5 Stellen ist dann automatisch größer als die Zahl mit nur 4 Stellen. Ja, jetzt haben wir es hier wieder. Bisschen komplizierter. Der Übersichtlichkeit halber kann man hier Punkte einfügen, dann wird das Ganze recht leicht. Wir sehen hier, dass der Einer-Bereich, das ist der Tausender-Bereich, Millionen-Bereich, 1.259.351. Wir haben gleich viel Stellen, nämlich 7 in beiden Fällen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gleich viel Stellen. Wir müssen also wieder vergleichen. Nicht von hinten anfangen, von vorne anfangen. Die Billionener-Stelle ist gleich. Die Hunderttausender-Stelle ist auch gleich. Die Zehntausender-Stelle ist auch gleich. Die Tausender-Stelle ist gleich. Aber hier bei der Hunderter-Stelle haben wir einen Unterschied. Hier haben wir eine 3, hier haben wir eine 5. Damit ist das die größere Zahl. Ganz egal, was hier hinter steht. Das ist dann die größere Zahl, wo bei der höchsten Stelle noch ein Unterschied zu finden ist. Okay, so viel zum Zahlenordnen. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, nämlich, was ist, wenn wir Zahlen in eine Reihenfolge bringen wollen. Für mich ist erstmal wichtig, dass ihr eine Entscheidung trefft. Und zwar fangt ihr mit der kleinsten Zahl an oder mit der größten. Nichts ist hier falsch. Also ihr könnt mit der kleinsten Zahl anfangen. Ihr könnt aber auch mit der größten Zahl anfangen. Die kleinste Zahl, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Wir haben hier 2, 4, 5-Stellen. 2, 4-Stellen. 2, 4-Stellen. 2, 3-Stellen. 2, 4-Stellen. 2, 4-Stellen. Das heißt, 5-Stellen, 4-Stellen, 4-Stellen, 3-Stellen, 4-Stellen, 4-Stellen. Das ist die größte Zahl. Das ist die kleinste Zahl. Woran sehen wir das? Diese Zahl hat die meisten Stellen. Diese hat die wenigsten Stellen. Die restlichen 4 haben jeweils 4 Stellen und sind damit noch nicht so leicht auseinanderzuhalten. Aber wir fangen jetzt mal mit der kleinsten Zahl an. Das wäre dann also die 830. Das ist die kleinste Zahl, wenn wir sie der Größe nach ordnen wollen. Wir hätten auch mit 15803 anfangen können. Dann hätten wir sozusagen absteigend geordnet. So, jetzt ist es wichtig, dass man das Zeichen richtig einführt. Das ist kleiner als, denn es ist ja die kleinste Zahl. Das heißt, das heißt, die nächste muss hier drüber stehen. Jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen. Also, die ganzen vierstelligen Zahlen. Ich streiche sie mir hier bunt an, damit wir die gut miteinander vergleichen können. Also, man fängt vorne an zu vergleichen. Und dann stellen wir fest, diese hier ist größer als die anderen. So, dieses hier ist die kleinste von den dreien, denn an der zweiten Stelle kommt hier eine 0. An der ersten haben sie alle eine 1. Diese hat eine 3, die ist dann automatisch größer. Diese drei haben alle eine 1. Hier steht an zweiter Stelle eine 8. Hier eine 0. Das heißt, das hier ist von diesen Vieren die kleinste Zahl. 1083. So, dieses war von diesen Vieren die größte Zahl, weil sie vorne mit einer 3 anfingen. Jetzt müssen wir noch die beiden vergleichen. 1 ist gleich, 8 ist gleich. Und jetzt kommt hier 3 und da ist die 0. Das heißt, dies ist die kleinere. So, ist kleiner als 1.803. Ist kleiner als, so, jetzt haben wir ja von den vierstelligen nur noch die beiden. Die ist kleiner, 1.830. Und die ist kleiner als 3.018. Und dann kommt die größte Zahl zum Schluss hier. 15.803. Das ist die größte Zahl. Okay, wenn ihr also aufgefordert seid, einige Zahlen der Größe nach zu ordnen, dann ist es wichtig, dass ihr eine Entscheidung trefft. Fangt ihr mit der kleinsten oder mit der größten Zahl an? Dann wäre die ganze Kette nur andersrum. Ihr hättet damit angefangen, dann kämen die, dann die, dann die, dann die, dann die. Also, die Zahlen stellen einfach nur andersrum. Das Zeichen wäre dann aber auch andersrum. Wenn 15.803 vor einer Stunde, dann wäre das größer als die anderen, nicht kleiner als. Okay, also erst eine Entscheidung treffen, fange ich mit der kleinsten an oder fange ich mit der größten an. Dann die Reihenfolge finden, aufsteigend hier in diesem Fall. Oder halt, wenn man mit der angefangen hätte, absteigend. Und wichtig ist bitte, das vergessen viele Schüler immer wieder, diese Zeichen gehören dann zwischen jede Zahl. Okay. Worum ging es heute? Erstmal, wie merke ich mir das Zeichen? Wo soll bei dem Zeichen die größere Zahl stehen? Dann, wo befinden sich die größeren Zahlen an einem Zahlenstrahl? Nämlich weiter rechts. Dann, wie unterscheide ich, welche Zahl größer ist, auch wenn es sich um vielstellige Zahlen handelt? Also, wie gehe ich dann vor, wenn ich das nicht auf einen Blick, wie hier bei diesen kleinen Zahlen sehen kann? Ja, und wie ordne ich mehrere Zahlen? Okay, das war's.